Für uns als Raiffeisenmarkt München Süd war es schon immer eine Herzensangelegenheit, gemeinnützige Vereine und Hilfsorganisationen mit Spenden zu unterstützen. Letztes Jahr hat uns eben die Anfrage erreicht vom H-Team mit der Bitte um eine Spende für ein neues Fahrzeug. Eine Erwartungshaltung unseres Hauses an die Auszubildenden war, die Lose an den Mann zu bringen. Es hat einfach eine Zeit lang gedauert, bis die Azubis bereit waren, die Kunden am Schalter anzusprechen und das Ganze in den Alltag zu integrieren. Aber als es dann losging und die ersten Erfolge da waren, da hat es dann richtig Spaß gemacht und da hat man dann auch die Motivation gemerkt, jawohl, wir wollen das jetzt zum Erfolg bringen. Mein Name ist Thorsten Soba, ich bin beim H-Team e.V. hier in München für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig und wir betreuen seit über 30 Jahren Menschen in Not. Mit diesem Auto möchten wir für uns das Projekt für Kinder und Jugendliche an Förderschulen in und in München weiter fortführen. Das Projekt ist sehr wichtig, dass wir das Thema Geld und das Thema Schulden und die Prävention natürlich näher bringen wollen.